Hallo zusammen, ich heiße Franziska Kufner und ich möchte euch heute das Buch Alle Zählen vorstellen. Wie ihr seht, sind da ganz viele Menschen drauf und um die geht es nämlich und jeder Einzelne von ihnen zählt. Geschrieben hat das Buch Christine Roskifte und es ist erschienen im Gerstenberg Verlag. Alle Zählen, das ist das Motto von diesem Wimmelbuch und es zeigt, dass jeder Mensch auf diesem Planeten einzigartig und besonders ist. Es gibt 64 Doppelseiten, auf denen es ganz viel zu entdecken gibt und ein paar Seiten möchte ich euch jetzt zeigen. Also hier seht ihr 16 Personen, die zusammen im Garten arbeiten. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wer von den Leuten ist denn besonders glücklich? Wer ärgert sich vielleicht über was? Was machen denn die zwei Kinder hier unten? Hier sind 18 Leute in der Stadtbibliothek, da wo ich arbeite. Schaut mal, da hat einer schon ganz viele Bücher gefunden. Andere sind noch auf der Suche, manche lesen. Sind vielleicht auch welche da, die sich unterhalten. Was macht ihr, wenn ihr in die Bibliothek geht? Und schaut mal, hier sind wir bei 200 Leuten. 200 Menschen an einem Strand. Was meint ihr, ob es wirklich 200 sind? Ihr könnt ja mal versuchen nachzuzählen. Hat sich denn jemand einen schlimmen Sonnenbrand geholt? Oder toben gerade welche im Wasser? Hat vielleicht ein Kind seine Mama verloren? Ganz, ganz viel Geschichten und Entdeckungen könnt ihr machen, wenn ihr euch dieses Buch anschaut. Ein ganzer bunter Regenbogen voller verschiedener Menschen. Und beim Betrachten von dem Buch ist Langeweile ausgeschlossen. Also ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, euch das Buch mal anzuschauen.